Ich möchte Ihnen nun gerne den nächsten Referenten vorstellen, Professor Dr. Roman Marte. Er hat den weiten Weg von der TU Graz hierher genommen und wird Ihnen die Schadensbeispiele an Bauwerken in weichen Böden vorstellen, Erfahrungen und Ursachen für diese Schäden. Herr Marte hat nach seiner Promotion in zwei verschiedenen Ingenieurbüros gearbeitet und ist jetzt seit 2012 im Institutsvorstand am Institut für Bodenmechanik, Grundbau und numerische Geotechnik, wie gesagt an der Technischen Universität Graz. Ich danke Ihnen, dass Sie die Reise hierher angetreten haben und bin auf Ihren Vortrag gespannt. Dankeschön. Auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. Ich darf Ihnen von einigen Schadensbeispielen in den Bauwerken in Weichenböden berichten. Ich werde fortsetzen mit dem, was du über dich aufgehört habt, nämlich mit der Herausforderung und Überforderung. Ich durfte in meinem Berufsleben eigentlich seit Beginn meiner praktischen Tätigkeit sehr viele Weichenböden bauen, habe sehr viel erlebt und war bei sehr viel mehr Schadensfällen beteiligt und beigezogen, als ich heute vorstellen kann. Ich habe beschlossen, ich werde mit dem Vortrag beginnen und wenn man mir ein rotes Schild mit einer Minute vorhält, dann werde ich einfach aufhören, wie weit durch ihn mir ich gekommen bin. Eine kurze Einführung. Ich werde ergänzen, zulieblich noch ein paar Anmerkungen über wesentliche Eigenschaften von Weichenböden machen. Ich werde in Fallbeispiel 1 ein wenig als Einführung in die Problematik der Gründungstechnik bringen und dann, wie gesagt, werde ich mit den Fallbeispielen fortsetzen, bis die Zeitung ist. Ulrich hat schon erzählt, hauptsächlich bei uns in Mitteleuropa Weichenböden in Verbindung mit glacialen vertieften Tälern, die es in großer Form gibt, Bodensee, Rosenheim, was auch immer, die es aber auch in Räubien in den Tälern gibt, auch in sehr kleiner Form. Also auch steile kleine Täler, die beispielsweise durch einen Bergsturz abgeschlossen sind, poschglazial, können mit solchen Sedimenten gefüllt sein. Das heißt, wir treffen diese weichen Böden manchmal sehr überraschend auch in 1.500 oder 2.000 Meter Höhe an. Wir haben vorher schon einiges über die Eigenschaften gehört. Ich will damit kurz beginnen. Das Problem bei diesen weichen Böden beginnt eigentlich schon mit der Parameterbestimmung. Üblicherweise die Verfahren, Bodenproben zu entnehmen, wenn möglich ungestörte Bodenproben im Labor, zutreffende Kernwerte mit, funktioniert hier leider sehr oft nicht. Der Grund, sie haben durch die Bohrtechnik, durch die Probenentnahme, durch den Transport ins Labor und durch den Einbau haben sie sehr oft schon eine Störung, was es sehr schwierig macht, beispielsweise realistische Steifigkeitsparameter, wie sie in situ vorliegen, zu bestimmen. Deshalb, Ulrich hat das gesagt, und wir hören später einen Vortrag dazu, ist es mittlerweile stärker üblich, dass man über in situ Parameterbestimmung arbeiten möchte, speziell Drucksfundierungen, DMG, also Flachdillermatometer und so weiter. Wir sind im Moment gerade in einer Dissertation am Abschließen. Das ist übrigens auch der Kollege, der Herr Simon Oberholzer, der mir bei diesem Vortrag geholfen hat, der diese Arbeit abschließt. Da haben wir verschiedene Versuchsfelder in Österreich und Weichenböden näher untersucht. Es geht um die Sensitive Parameterbestimmung. Und hier, vorher schon gesehen, typische Kennwerte der Drucksundierung. Man sieht hier im unteren Bereich ein weitestgehend durch schluftdominierte Bereiche, und ohne die Schluft mit wenig Feinsand. Im oberen Bereich Wechselagerungen aus Sanden, Feinsanden und Schluft, ganz typisch in der Ablagerungsgeschichte viele dieser Teile. Spitzendruckwerte bei 1, ein Megapascal, ganz typisch für unsere Seetone. Mantelreibungswerte aus der Sonde bei ca. 10 bis normal konsolidiert, leicht unterkonsolidiert, maximal 20 Km pro Quadratmeter. Auf der rechten Seite sehen Sie die Korngrößenverteilung mit der Tiefe der Feinkornanteil zunehmend. Grün hier stellt den Schluft dar, wobei hell, mitteldunklinger, fein, mittelhoch. Blau ein wenig die Sande, oben stärker, nach unten weniger und dann der Ton. Das sind Proben aus einem Versuchsfeld im Rheintal. Sie hat 1,5 km von Mündung des Rheins in den Bodensee entfernt. Auf der nächsten Seite die Ergebnisse eines Versuchsfeldes in Salzburg, auch das Salzburger Becken, geprägt durch diese postverzialen Feinsedimente. Im Prinzip irgendwelche Größenordnungen, etwas höhere Spitzendrücke, etwas höhere Mantelreibung, auf die wir später noch eingehen. In den Plastizitätsdiagrammen typischerweise, wenn die organischen Anteile gering sind oder kaum vorhanden, sind wir knapp überhalb von der A-Linie, wobei hoch- bis mittelplastische Tone von der Kennzeichnung des üblichen sind. Hier noch etwas interessanter, das sind Scherwellengeschwindigkeiten, die wir bestimmen, die uns im Wesentlichen die wesentlichen Grundlagen für numerische Berechnungen liefern, sprich die Kennwerte, die wir daraus ableiten. Interessant an dieser Stelle, wiederum links, rechts, die beiden Versuchsfelder, die schwarzen Linien, etwas zickzack, sind die in situ festgestellten Scherwellengeschwindigkeiten. Die einzelnen Punkte, blau und rot, sind die im Labor mittels Banderelement des festgestellten Scherwellengeschwindigkeiten. Und was Sie sehen, dass die im Labor bestimmten Werte größten worden von 80 bis 90 Prozent der in situ Bestimmten haben. Auch das eigentlich ein klares Indiz, dass wir, obwohl wir die Proben bestmöglich ungestört entnehmen wollten, dass das nicht gelingt. Also es gibt eine Störung während der Probenentnahme und die ist relevant. Sie sehen das Ganze hier an drei Bodenproben. Links Rotationskernbohrung, in der Mitte Rammkernbohrung, rechts Block-Sampel-Methoden, also die schonendste Methode, sofern Sie die Möglichkeit haben, dass sie überhaupt dazukommen. Und Sie sehen hier Computertomographieaufnahmen. Speziell im linken Bild können Sie sehr gut erkennen, dass Risse, Horizontalrisse in den Proben sind, dass es eine Verdrückung und Verformung der Schichtung gibt, das war eine starke Störung, die Sie rechts bei diesen Block-Sampeln im Prinzip überhaupt nicht erkennen können. Die Scherwellenbestimmungen rechts beim Block-Sampeln haben im Prinzip im Labor idente Werte wie im im Prinzip ergeben. Das heißt, die Störung dort wird sich sehr gering. Warum ist die Störung relevant? Es gibt, und das ist interessant, dass du, wie ich vorher erzählt habe, die Erfahrung, dass man mit diesen Sehtonen oftmals, wenn man das geschickt aufzieht, mit beispielsweise einem Untergeschoss, das aus einem gewissen Aushub und dann mit einer Flächengründung, gibt es die Erfahrung, dass man wesentlich geringere Setzungen hat, wie mit mancher Tiefgründungsmethode oder Bodenverbesserungsmethode. Und speziell in Salzburg gibt es für uns eine gewisse Tradition, gewisse Erfahrung, dass man eigentlich Bauwerke bis zu ca. 14, 15 Geschosse mit einem Untergeschoss flächigen Sehton gründen können. Gesetzungen bei 10 Geschossen ungefähr 6, 7, 8 Zentimeter, wenn das gut funktioniert und wenn man es geschickt macht, die Frage ist ein bisschen warum. Wenn Sie aus dem Sehton Proben entnehmen, wenn Sie damit im Labor Ödometer-Kennwerte bestimmen, da landen Sie irgendwo die Größennormen zwischen 6 bis 10 Megapaskal. Wenn Sie allerdings die Bauwerke, wenn Sie es errichtet haben, wenn Sie die Setzungen gemessen haben, Rückrechnungen machen, dann müssen Sie bei der Setzungsberechnung, egal ob Sie das jetzt numerisch machen oder weniger, müssen Sie im Prinzip die drei- bis vierfachen Steifigkeiten ansetzen, dass Sie das nachweisen können, die Setzungen. Das heißt, über Meter Labor, 6 bis 10 Megapaskal, Rückrechnung mit dem Salzburger Sehton für eine Referenzspannung von 100 Kilogramm pro Quadratmeter allgemein mit ca. 25 Megapaskal für ein Sehton-Erstbelastung hinein, dann eine entliebe Belastung von ungefähr 4 bis 5. Also das passt überhaupt nicht zusammen. Und Sie sehen ein bisschen eine Erklärung in der Darstellung dieser Rödemeter-Versuche. Und wenn Sie da links schauen, das ist für den Blocksampling, Sie haben die grüne Linie, das sind Remoldet-Proben, das heißt, die sind gestört, aufgearbeitet. Sie sehen von Anfang an eigentlich sehr geringe Steifigkeit und dem gegenüber die blaue und rot strijierte Linie, das sind die ungestörten Proben aus dem Block senken oder weitestgehend ungestört. Das sind dann im Sieg der Spannung von ca. 45 Kilopaskalen entnommen worden und Sie sehen von einer Spannung von ca. 120 Kilopaskalen ein sehr starker Knick in der Spannungsverformungslinie und Sie sehen auch einen drastischen Abfall von der Steifigkeit. Wir führen das Ganze auf eine geringe Strukturfestigkeit in diesen jungen Segmenten zurück. Der Beweis von der Strukturfestigkeit ist extrem schwierig. In dem Fall ist es uns halbwegs gelungen. Die Auswirkung von der Strukturfestigkeit ist gewaltig. Wir können die Flachgründungen und die geringe Setzungen uns eigentlich nur auf der Strukturfestigkeit erklären. Und jetzt kommen wir zum Schäden und da geht es jetzt öfter um das Thema von der Strukturfestigkeit. Einführendes Beispiel. Sie sehen hier drei Bauwerke. Gelb, blau, rot. Die sind im Zeitrahmen von ca. 8 Jahren Zeit versetzt errichtet worden. Gelb zuerst, dann blau, dann rot. Interessant und deshalb möchte ich es als einführendes Beispiel bringen. Sehr unterschiedliche Gründungsmethoden, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Vom Untergrund, wir haben die Moräne von rechts nach links abtauchend bei ca. 10 bis 12 Meter ganz rechts und bei über 30 Meter ganz links. Das heißt, das erste Bauwerk hier, das Bauwerk auf der gelben Seite, wurde mit duktilen Rammzellen tief in die Moräne gegründet. Bei gelb und blau war ich nicht dabei. Bei rot war ich der verantwortliche Geotechniker. Das heißt, gelb und blau muss ich sozusagen die Erfahrungen aus zweiter Hand weitergeben. Das erste hat gut funktioniert. Keine großen Themen. Vielleicht ein Hinweis, die Bauwerke grundsätzlich zwischen fünf und sieben Geschossen mit einem Untergeschoss. Die waren vergleichbar. Vielleicht beim Letzter ganz links rot. Das war sehr stark strukturiert. Das heißt, recht ungleiche Spannungsverteilungen. Wie gesagt, rechts wurde mit einem doktiler Rammfalllösung gegründet. Das zweite in der Mitte wurde mit Betonstopfseilen gegründet. Das heißt, klassische Rütteltechnik. Wir haben es für ein Stopfprodukt verwendet, nur es wird relativ trockener Beton eingebaut. Ein für sich sehr gutes Produkt. Das Problem hier, die Moräne taucht, wie gesagt, rechts circa 14 Meter, links circa 2, 23 Meter ab. Und der Mäckler vom Gerät hat nicht ausgereicht und der Geräteaufbau, dass man die Moräne auf der linken Seite erreicht. Das heißt, man hat bei circa 20 Meter aufgehört. Wir haben also Gründung rechts wie der Moräne gegründet und links nicht. Die Folge, 10 cm Schießstellung, massive Schäden, man hat es zumindest schon massiven Schaden bezeichnet und sehr, sehr kostenaufwändige Sanierungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen. Interessant wird die Erfahrung, wenn man das mit dem linken, mit dem roten Bereich vergleicht. Wir haben das Ganze flächig gegründet, keinerlei Tiefgründungsmaßnahmen, keine Bodenverbesserungen. Wie gesagt, 30 Meter ungefähr Seton. Um dieser sehr ungleichen Gewichtsverteilungen entgegenzuwirken, haben wir einen Teil der Spundwände im Boden belassen, kraftschlüssig mit der Bodenplatte verbunden und sozusagen mit Setzungsbremsen verwendet. Gemessene Setzung von 3 bis 5 cm war ein bisschen, hat eigentlich sehr gut mit der Prognose übereinstimmt, war ein bisschen weniger. Die Frage, und das ist eigentlich der Grund, wieso das Beispiel bringt, wie ist es möglich, dass die flach gegründete Lösung oder die Flächengründung links mit 3 bis 5 cm, wie ist diese Erklärung vergleichbar mit der Fahrung rechts, wo man knapp 20 Meter langen Gründungselemente macht und es fehlen uns 2-3 Meter bis in die Moräne und trotzdem werden 10 cm Setzung beobachtet. Da gibt es eigentlich keine ganz gute Erklärung, außer man geht davon aus, dass man durch die Baumethode selber eine wesentliche Störung vom Seton verursacht hat. Und die Störung letztlich ist das Zerstören zu unserer Wiese, unserer Vermutung oder unserer Arbeitswiese auch für die Dissertationen gelaufen, dass es dort zu einer Störung von der Struktur gekommen ist und damit sehr langfristige Setzungen eingeleitet werden. Damit komme ich zum zweiten Beispiel. Das ist jetzt ein kleiner Sprung von der Stadt Salzburg nach dem inneren Teil von Österreich. Das ist der innere Alpinesbecken, das Zellerbecken, glacial über 100 Meter eingetieft. Das ist aus mehr und mehr Segimente. Die reichen von sanddominiert bis luftondominiert bis dorfen von mehreren 200 Meter. Und im Zuge von der Erweiterung von einer bestehenden Müllbearbeitungsanlage der Zenker sollte eine Biogasanlage gebaut werden. Sie sehen da links ein bisschen Grundriss. Sie sehen hier der wesentliche Bereich. Der große gelbe Kreis in der Mitte ist ein Silo, den Sie da rechts auf dem Foto sehen. Das ist ein Teil von der Anlage. 20 Meter hoher Silo, 16 Meter Durchmesser. Lasten von circa 58 MN bei voller Befüllung. Bodenpressung ungefähr 240 Kilopascal. Baugrunderkundung, Transundierung, Drucksundierung, Bohrungen, wobei schon auf ältere Unterlagen und Unterkundungen zum Teil zurückgeriefen wurde. Baugrund, Oberflächen ab circa 2 Meter. Anschüttungen, Tunnelausbruchmaterial vermischt mit Müll. Ganz interessante Kombination. Dann diese 8 Meter tiefe Dorf, diese 12 Meter tiefe tonige Schluffe. Welche Konsistenz? Ab 12 Meter hat der sanddominierte Boden begonnen, wobei der zum Teil Schluff und zum Teil von Kiefen versetzt war. Ausgeschrieben war eine Lösung mit Fertigteil-Rampfählen. Von Konsortium, dessen Zuschlag bekommen hat, wurden dann wiederum Betonstoffsäulen hergestellt. Sie sehen da rechts im Grunde ist die Austeilung der Säulen. Gebrauchslast wird circa 700 Kilo Newton geplant. Länge der Säulen 16,5 Meter, sprich 4 bis 4,5 Meter Einbindung in diese Sandwerk 12 Meter. Interessant ist dann geworden, wo man die erste Probebefüllung nach Fertigstellung für den Silo gemacht hat. Innerhalb von drei Wochen hat es eine Schiefstellung von circa 8 cm gegeben. Das heißt auf der einen Seite circa 2 bis 2,5 cm Setzung, auf der anderen Seite circa 11 cm Setzung. Unter der blauen Linie können Sie erkennen, dass ein Abklingen der Setzungen eigentlich nicht zu erwarten war. Große Aufregung. Es ist in der nächsten Schritt Beratungsteam, Experteteam zusammen getrommelt worden. Mit der Aufgabe A. Ursachenfindung, B. Sanierung, C. Begleitung mit einem ganzen Streitverfahren. Wir sind dann im Prinzip einmal im Sinne von Was ist möglich? Es sind noch vier Thesen gekommen, die als Ursachen in Frage kommen. Das ist zum einen ein Problem im Kraftanschluss vor der Betonstoppsäule an der Bodenplatte. Das zweite, es hat Vermutungen gegeben, dass die Betonstoppsäule im Bereich des Dorfs und das dann mühlhaltigen Anschüttungen auch noch nicht integer waren. Das war so, dass die Aushärtung und so weiter nicht ganz funktioniert haben könnte. So dann Fragen über die Einbindung der Seilen in diese Sandschicht und dann unterhalb von den Seilen selber noch in die Tiefe runter, dass es da heterogene Daten gegeben hat. Aus der Ausführung hat es die Erfahrung gegeben, dass durch die Herstellung eigentlich eine saubere Verdichtung im Sandbereich stattgefunden hat. Das war so, dass mit Tramsondierung ungefähr eine Verdoppelung von den Schlagzeilen. Die Probebelastung an der Seilen hat auf der Bauslastniveau 700 Kilo Newton in ca. 4 mm gezeigt. Die Prüflasche 1200 Kilo Newton in 2,5 cm. Das hat auch gepasst. Das heißt, wie es passiert ist, hat man nicht erwartet. Was man gemacht hat und im ersten Schritt ergänzende Drucksondierungen, diese haben gleich einmal gezeigt, dass in dieser Tiefe, wo diese Sande erwartet wurden, dass sehr deutlich ein Unterschied von der Nordwest- und der Südostseite waren. Das war aus Spitzendrücke bis über 20 m Pascal auf der einen Seite, nichts besonders auf der anderen Seite. Die Kernbohrungen haben das bestätigt, dass da einen Unterschied vor allem im Kiesanteil liegt. Wir haben dann diese, also wir haben untersucht bis 50 m tief. Wir haben die beiden Kernbohrungen mit Mehrfachhextensometer ausgebaut, Vierfachhextensometer und haben dann mit numerischen Berechnungen begonnen. Die numerischen Berechnungen haben gezeigt, dass egal, was Sie da an Unterschied in dieser Schicht einsetzen, Sie können niemals nachweisen, was da eine differenzielle Setzung herausgekommen ist. Interessanter waren dann aber die Ergebnisse für die Extensometer im Erzuge von einer neuerlichen Belastung, Füllung von Silo, wo wir reinverschauen wollten, was kommt raus. Und das Ergebnis war für Geotechniker sehr unbefriedigend, für den Streitablauf des Verfahrens extrem hilfreich. Warum? Es hat sich gezeigt, und jetzt vergleichen es auch immer das untere obere Diagramm, ich führe es jetzt da durch. Blaue Linie zur rote Linie zeigt den Setzungsunterschied in der Tiefe zwischen 35 und 21 m. Das heißt unterhalb von der Säule einen deutlicher Unterschied von den Setzungen rechts und links. Rot zu grün zeigt den Unterschied von 120 bis 17 m. Auch unterhalb vom Aufstand deutlicher Unterschied rechts und links. Grün zu schwarz praktisch kein Unterschied. Das heißt das, was wir vorher in der Drucksondierung gesehen haben. Die deutlich höheren Spitzendrücke auf der einen Seite haben mit der differenziellen Setzung überhaupt nichts zu tun. Und dann schwarz zu der Nulllinie, 10 m bis zu 0. Ein deutlicher Unterschied, was wir sehen. Das heißt von diesen vier Thesen, die wir da als mögliche Schadensursachen gefunden haben, sind im Prinzip drei verwirklich. Unterhalb von der Gründung deutlicher Unterschied. Und im Bereich von 0 bis 10 m. Wobei es zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz klar war, war es dann wie in die Bereiche der Säule an die Bodenplatte oder ist die Säule in der Torstrecke selber. Es hat übrigens schon im Zuge der Erkundung Untersuchungen von Grundwasser gegeben, keine chemischen Anomalitäten, die irgendwie darauf rückschließen hätten lassen, dass es dort zu einem Problem mit Erhärtung kommt. Zornierung, ganz kurz, die Säulen von inneren des Fermenters hergestellt mit Stahleinlagen mit Anschluss an die Bodenplatte, nach der man festgestellt hat, dass einzelne Säulen nicht sauber ausärten. Aufweitungen oben und unten und dann sozusagen 12 Reck Kompensationsinjektion in tieferen Bereichen das Ganze zu kompensieren. Sehr teuer, aber sehr gut funktioniert. In dem Bild sehen Sie jetzt den großen Silo am oberen Bildrand und die drei kleinen Nachbarsilos. Blau dargestellt jeweils das Verkippen der Silos. Also, als ob jemand gewürfelt hätte. Nicht erklärbar. Aber auch die kleinen Silos haben sie verdreht. Die wurden dann fünf oder vier Jahre später saniert. Zu dem Zeitpunkt hat man weder das Geld gehabt, noch wollte man den im ersten Fall vermiedenen Gerichtsstreiber, also hier in Zieren. Also, da war man gefordert, etwas sehr billiges, kostengünstiges zu finden. Und wir haben dann hier sozusagen einfache Hebesysteme gemacht. Knacken unter die Silos, zwei Druckteile, einen Zugpfahl, das Ganze sozusagen vorgespannt. Die Idee dahinter, ganz einfach, es reicht oftmals. Ein geringfügiger Unterschied im Untergrund, dass es zu differenziellen Setzungen am Bauwerk kommt. Also muss es umgekehrt auch reichen, dass man geringfügige Eingriffe macht, dass man die Setzungen sozusagen differenzieller stoppt. Und das haben wir da genau so super funktioniert. Ein zweites Beispiel. Da möchte ich jetzt ein wenig wiederum auf die Bauverfahren und den Einfluss der Bauverfahren auf das Verhalten vom Seton eingehen. Das Ganze wieder zurück ins Salzburger Becken. Bestandsgebäude. Blinker Bild. Dreigeschossig, nicht unterkellert. Es war geplant, hier eine 4-4,5 Meter tiefe Baugrube daneben zu errichten. Im Grundrissrecht sehen Sie ein bisschen die Bauweisen. Teilweise Spundwand. Im unmittelbaren A-Bereich eine aufgelöste Pfahlwand, die mit Düsenstrahl-Zwickelfüllungen geschlossen werden sollte. Die Tiefe 15 Meter. Ein roter Messpunkt im Eckbereich. Ein blauer Messpunkt etwas weiter am Gebäude. Und dann bitte noch Betrachter. Der orange Punkt. Hier ist der Gleitmikrometer hergestellt von der Sohle der Baugrube. Die sind 40 Meter Tiefe. Ich möchte jetzt nur auf den Einfluss von diesen Arbeiten eingehen. Was Sie so sehen. Linkes Bild ist der Zweitsetzungslinie. Vertikal die Setzung bis 10 cm. Rechts die Zeit. Der erste Teil gelb ist die Phase der Herstellung der Bohrzähle. Wir haben Setzungen im Eckbereich von ca. 3 cm. Etwas weit entfernt 2 cm. Nach Fertigstellung der Bohrteile deutlich abgeklungen. Im Bauwerk herrscht die Risse. Noch nicht sehr viel passiert. Dann wurden die Jet-Säulen hergestellt. Die Zwickel-Säulen. Über eine Zeit von ca. 5 Wochen. Sie sehen eine deutliche Zunahme von der Setzung. 3 cm. Während der Arbeiten von der Jet-Säule. Im roten Messpunkt in der Mitte. Und dann über 3-4 Monate andauernde Konsolidierungssetzungen im Untergrund. Es hat für diese Setzungen keine anderen Erklärungen, was die Baumaßnahmen anbelangt gegeben. Das heißt eindeutige Zuordnung an die Pfahl und an die Jet-Arbeiten. Was aber an den Beispielen sehr viel interessanter ist. Das ist, was das Gleitmikrometer zeigt. Das Gleitmikrometer, wie gesagt, 18 Meter Abstand von den Arbeiten. Gesamt, was wir da sehen, ungefähr 2 cm Setzung. Interessant in diesem Diagramm rechts. Die Pfahlunterkante und die Unterkante der Jet-Arbeiten auf einem Niveau von ca. 11 Meter. Weil das Gleitmikrometer in der Baugrubensäule sozusagen den Kopf hat. Und dann wurden aber Setzungen bis in knapp 30 Meter festgestellt. Das heißt, dass durch die Arbeiter hat man irgendwas in einem Seton angestellt, der wie gesagt zu diesen sehr langendauernden Konsolidierungssetzungen geführt hat. Wiederum ein Hinweis darauf, dass es sowas wie eine Struktur in diesen Setonen zumindest örtlich und teilweise gibt. Man muss aufpassen, dass man das extrapoliert auf alle Setone. Das ist ganz sicher nicht der Fall. Aber dass es etwas gibt oder geben kann. Und dass die Strukturfestigkeit aber extrem empfindlich gegenüber von Baumaßnahmen ist. Das heißt, es ist gut zu überlegen, was man dort tatsächlich tut. Es wurde mir jetzt das Schild mit einer Minute gezeigt. Das heißt, das letzte Beispiel, da ging es jetzt um ein hydraulisch bedingtes Schadensfall in einer Baugrube. Sie finden dort Ausführungen in dem Spicht der Beitrag und ich werde damit schließen. Danke. Dr. Marte, gibt es zu dem spannenden Vortrag von Ihrer Seite her Fragen zu den Beispielen, die vorgestellt wurden? Ich hätte tatsächlich eine Frage. Wird das immer noch gemessen? Also jetzt immer noch nach Fertigstellung sind da immer noch Messkonzepte am Laufen? Nimmt die Setzung noch kontinuierlich zu oder hat sich mittlerweile beruhigt? Also für ein Beispiel, das ich etwas länger vorgestellt habe mit den Silos. Die Setzungen vom Silos sind gleichmäßig ca. 1,5 mm pro Jahr und die Setzung und Umwebung ungefähr das 2,5-Fache. Also die Umwebung setzt sich deutlich mehr wie der Silo. Das steht, dass wir in diesen Becken sehr oft beobachten. Wir gehen davon aus, dass dort zum Teil noch eine Unterkonsolidierung, also vorherrscht. Und wir merken in den verschiedenen Becken Setzungen vom Bruchteil bis knapp 1 mm pro Jahr rein aus dem Eigengewicht. Also die Konsolidierung findet auch natürlich statt. Das heißt, man muss mit frühzeitigen Instandsetzungsmaßnahmen rechnen oder ist es einfach so, dass man sagt, das wird sich kontinuierlich gleichen? Solange sie das gleichmäßig setzt überhaupt. Okay. Da kann man beruhigt sein. Da kann man beruhigt sein. Genau. Gibt es sonst noch eine Frage von Ihrer Seite her? Dann bedanke ich mich für die spannenden Beispiele. Also die Aufmerksamkeit für die Zelle ist. Untertitelung des ZDF, 2020